Hallo, hier ist Martin von Manne Mankees. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 10. Juni 2024 und Europa hat gewählt. Die europäische Fahne bleibt erstmal noch stehen. Ich glaube, die aktuell regierende Fraktion im europäischen Parlament wurde so auch bestätigt unter Führung unserer Wanderlein. Das sollte soweit bleiben. Der erwartete Rechtsruck ist, glaube ich, auch sogar weniger stark ausgefallen, wie es Umfragewerte angedeutet haben. Außer in Frankreich, wobei ich gar nicht weiß, wie da die Erwartungshaltung war. Es wurden auch Neuwahlen angekündigt. Ich möchte euch da nicht zu viel Hoffnung nehmen. Die meisten sind immer, wenn Wahlen sind, total aus dem Häuschen und denken, boah geil, jetzt bricht die ganze Welt zusammen, jetzt gibt es hier Randale im Chart und jetzt, das ist ja alles so schlecht und so unerwartet und jetzt muss es übelst eskalieren und dann passiert in der Regel immer gar nichts so richtig. Also ich habe schon viele Wahlergebnisse miterlebt, egal ob das Bundestagswahl oder Europawahl war, wenn es in Deutschland ist oder in Europa eigentlich schon mal so ein bisschen Non-Event, also ganz oft. Ja, das heißt, man sollte sich hier zum Montag noch nicht zu sehr gedanklich festbinden auf etwas, was man jetzt sehen will, was man selber mit dem Wahlergebnis verbindet, versucht da wirklich neutral ranzugehen an den Markt. Wie gesagt, ganz oft ist ihm das gerade dem DAX ein bisschen egal gewesen. Also mir ging es in der Vergangenheit zumindest jedes Mal so, wo ich mir dachte, auch Gott, Mensch, was denn da jetzt bei der Wahl rausgekommen? Da wird es ja bestimmt ordentlich rumpeln und dann ist gar nichts passiert. Im Reinen vom Muster wird es ihm sogar stehen, wenn er jetzt noch mal rumpelt, denn wir sind am Freitag ins negative Szenario eingetaucht, auch gar nicht ins positive, wie ich es angenommen hatte, sondern unter die 600 gekippt. Und da hat man gesagt, unter 600 kann er sich wieder dem negativen Szenario bedienen, was wir am Donnerstag ja schon besprochen hatten. Das heißt, runter in die 65, 35 und eben auch dieses Gap zuzumachen bei 4,60. Das hat er gemacht, hat von dort auch deutlich reagiert. So war es ja auch gesagt, dass es gute Reaktionsmarken sind. Hat zwar auch einen guten Meter überschossen, aber trotzdem das jetzt erst mal verteilt, auch per Stundenkurs gehalten und jetzt nach oben gezogen. Wieder von unten dann an die 600 ran probiert. Das ist auch erst mal wichtig und das zeigt vor allen Dingen auch so ein bisschen eine, ich würde nicht sagen, eine Ruheposition, aber dass er hier zumindest erst mal noch nichts krass anbrennen lassen kann, aber er ist auch noch nicht drüber gegangen. Und das wird dich zum Montag jetzt wieder so machen wie zum Freitag. Das müssen wir uns einfach an der 600 orientieren, weil das auch bisher ganz gut geklappt hat. Sowohl hier in der Betrachtung als auch hier jetzt in der Abwärtsbetrachtung gehen wir über die 600, über die 6,30, traue ich dem Markt durchaus zu, dass er sich wieder nach oben raus stellt. Dann wird er die Welle hier von da nach da noch mal replizieren. Dann kommt er genau oben an. Die fallende Trendlinie ist nun bei 8,10. Das heißt, das wäre dann das Ziel, oberhalb von 6,30 Stück für Stück hier die ganzen Markt wieder abklappern. Das heißt 6,70, 7,00, 7,60 bis an die 8,00, 8,10 und dort dann Entscheidung, ob Keilauflösung oder noch nicht. Wahrscheinlich eher Keilauflösung, aber wir gucken es mal und an und sollte aber nicht über 600 drücken, nicht 6,30 oder so. Das typische Bild, was man nach solchen Events ja hat, ist immer dieses Abwärtsgap und dann drückt er einfach nach oben und rennt los und macht eine grüne Stundenkerze und läuft dann an die Entscheidungsstelle, läuft dort ewig zur Seite. So sieht es ja in der Regel immer aus und dann geht er über den Nachmittag dann raus. Also wenn ihr sowas seht, kleines Abwärtsgap und direkt die ersten Stundenkerzen alle grün lassen oben raus. Ansonsten sehen wir schwächer, tiefere Tiefs, würde ich nach der Konstellation, wie wir es hier haben, auch weil der Rücklauf doch deutlich tiefer war, würde ich schon ein neues Tief auch einplanen und auch hier drunter. Das heißt, eine 3,35 wird dann wieder Thema. Mit jedem weiteren Tief, ja also alles, was so unter 4,40, unter 4,60 geht, würde ich schon eher mit einem neuen tieferen Tief rechnen Richtung 3,35 und dann eben auch unserer 2,50, 2,100. Ja, hier jetzt auch schon tausendmal erwähnt wurde in den letzten Wochen, weil ich glaube, dass sie doch noch ab. Aber es würde mich fast ein bisschen überraschen, weil ich glaube, dass das Wahlergebnis negativ von den Leuten aufgefasst wird. Das heißt, alle erwarten jetzt, dass der Markt fällt und oft ist es dann einfach so, dass er nicht fällt. Ja, deswegen seid ihr da versucht, da ein bisschen neutraler ranzugehen. Wenn er fällt, dann ist es okay zu shorten und seine Meinung zu handeln. Aber wenn man sieht, der Markt bestätigt die Meinung nicht, die man hat, sollte man da sehr vorsichtig mit sein, weil das gefährlich wird. Dann ist man immer so risiko, man ist so risikoavers, man ist bereiter, dem Markt etwas mehr Geld zu geben, auch mal einen Stopplus rauszulöschen, weil man sich so sicher ist, wenn man das glaubt, dass das so richtig und so logisch ist und dann macht der Markt auch komplett das Gegenteil und dann tut es weh. Und das solltet ihr nicht machen. Fürs Seminar haben wir noch drei Plätze frei, habe ich, glaube ich, in der letzten Analyse schon gesagt, sind es noch knapp drei Wochen. In Frankfurt, 29.30. Juni. Ja, wer Interesse hat, Mail an Seminar at money-monkeys.com, damit wir das dann auch abschließen können. Und ja, ich mache hierzu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir haben uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.